Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Da ist die Kamera. Ich wollte gerade nach da gucken, weil sie normalerweise auf der Seite ist. Aber heute starten wir in ein Koop-Abenteuer. Jawoll! Und ähm... Es gibt Friendly Fire, das wurde uns gesagt. Ansonsten haben wir keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es läuft. Da freuen wir uns doch. Und wir sollen auf Schwer spielen. Was haben wir da? Gislein von Elkion. Charakter aussehen. Cornelius. Okay, die hat Heilzauber. Da unten sind zwei grüne Kreuze zu sehen. Ähm, Moment, falsche Szene. So. Du willst keinen Heiler spielen? Dann spiele ich auch keinen Heiler. Grüezi. Den Hut wählen. Sind noch alle gelockt. Okay. Wir finden die Parche zusammen. Skilltrees gibt's auch. Ja, okay. Ah, da gibt's auch noch Heilzauber für ihn. Okay, verstehe. Ja, perfekt. Keinen Hut ausgeben. Nein, das... Es gibt noch keinen. Wir haben nichts freigespielt. Jetzt haben wir natürlich tatsächlich... Ein bisschen sind wir jetzt falsch rum. Ich bin links und du bist rechts. Aber das wird im Spiel dann egal sein, schätze ich. Denk ich auch. Da geht halt... Ja. Also, ich bin der Blaue. Okay. Ich bin Lilla. Er drückt direkt irgendwas. Oh. Oh. Okay. Okay. Okay, das ist das, was du vorhin gedrückt hast. Y, okay. Geht er automatisch. Direkt mal dich ange... Ja, Y brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht drücken. Ja, obi, obi. Wait. Hä? Aha. Ach, da wechsle ich die Zauber durch. Okay, und damit feuere ich sie dann ab. Und Nahkampfangriff. Verstehen. Wie machst du den Blink? Ähm, auf X. Ah. Aber das geht nicht immer natürlich, da. Skilltree. Ah, okay. Zum späteren Zeitpunkt. Okay. Ja, der wird halt einen Cooldown haben, der Blink. Ja, ich sehe schon den. Hehehehehe. Er ist erstmal runtergefallen. Mein letzten Checker pro Level, wenn alle tot sind, der zufällig ausgewählt das, wieder wirklich. Was? Jetzt bin ich tot, oder was? ich will hier lesen hier kann ich nicht lesen schade du hast deine letztes eine letzte chance pro level ach so ja ja ich könnte ihn wiederbeleben das habe ich schon bemerkt ich will aber gar nicht ist schon ein bisschen gemeint von dir weißt du das er ist einfach wiedergekommen ok ich habe den besen gefunden habe ich ein besen gut und starb wechseln ja hochgradig pathetisches wandbild des direktors der akademie ok warum habe ich einen dummen besen in der hand ich habe auch ein besen in der hand ist mich nicht kann die auch mit dem besen aber man kann sich mit dem besen verhauen stellen nein hör auf wieso habe ich wieder volles leben ich halte neue karaktere frei indem du ihren stab findest ich will die 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 eule mit schlüssel sein wo ist der besen ok so die akademie ist mystical spell parchments were scattered into the far away corners of the world in all this chaos however the clever young students saw an opportunity for some illicit hands-on studieren all they had to do was to go out and collect spells until they had all their nine pachments okay also wir ziehen jetzt los und sammeln dinge nein wird die los und verbrügeln sachen hört doch auf immun nun auch 8 wir wollen begleiten er hat das ist lustig Okay, also es sieht sehr schön aus, auf jeden Fall. Ja, das Wasser. Wasser sieht geil aus. Und es ist Twin Stick, was sehr gut ist, dass ich auch, währenddem ich nach vorne laufe, einfach in eine andere Richtung gucken kann. Warum wirft er das so weit? Ich will nicht so weit werfen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, irgendein Explosionsschädel oder so. Aber der fliegt voll weit. Gibt es eine Rolle, außer das hier, wenn man ausweichen kann? Nee. Okay, und die grünen Dinger hallen dann Mana auch wieder hoch. Ah, okay. Wie hast du die grünen Dinger weg? Die lassen Gegner fallen. Ah, okay. Ah, den Wurf kürzer machen, wenn ich sie nochmal drücke, die Taste. Okay. Ah, geschickt. Cool. Fett eingefrostet. Wow, warte mal. Lass die Strahlen kreuzen. Geil. Neue Stufe. Level up. Ah, hier kann man den Besen. Da. Talent plus 1,5 Zauberkraft und 2% Zauberladung. Ausdauer. Schnelle Zauberregeneration. Find ich gut. Einen Punkt rein. Das ist das, was ich nicht. Das ist das, was ich nicht mehr oh nein, oh nein, das bescheidet mir, ah ok ok ich muss mich aktuell noch ein bisschen konzentrieren ja ich muss ausschauen wie es läuft mir regt ein bisschen auf dass man da nicht zu rennen kann also ich bin feuerball op das war doch absicht Back into the fun ich bin voll pro besen neue stufe was du mir ich bin auf ausdauer ausdauer hoch oder runter eine feder gefunden ok gut 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 ja ja guck mal sechs prozent schaden wird geheilt plus zehn kriz kritischer treffer für fünf Sekunden nach teleportieren nämlich jetzt haben wir keinen besen mehr haben wir sind schade jetzt kommt mal durch nein tschüss das sind boys ein bisschen schade ist dass man nicht rückwärts laufen kann und vorwärts zielen doch kannst du wie geht das rechter stick twin stick steuerung nachher klar man ist schon gar nicht mehr gewohnt günstig wo bin ich glaube du bist tot ach so du hast irgendwas was ich gedrückt ich treffe dich aber auch immer wieder was ist das rote hier wissen wir nicht ach so willst du einen kaffee aber ich würde schon gerne einen das ob die maschine ach so ja okay ja warum nicht also da wäre noch meine tasse so wie ich mit mir genau gleich genau danke hatte einen seltsamen unfall zauberkraft und zwei prozent zauberladung habe ich noch einen oder wie ja anscheinend ja ne okay nach jedem boss einen weiteren zauber oh das wird wild dann verliert man irgendwann den überblick was alles geht ich finde es immer noch so witzig mit diesem ding zu und so die ambitiöse wizard fand himself eine neue hand hey wir haben einen hut gefunden ähm was kann der ein exquisitor seidenhut okay jetzt haben wir ein lila hut überraschen sieht man noch ähnlicher aus ja aber ich komme ich weiß dass ich der rote bin button mescher in allem am button meschen oh gott ich glaube ich sterbe heilung ey wenn du das zu viert spielst ne pures chaos ja voll geil guck mal was die bilder ey das sieht geil aus ja auch mit dem wasser und so schon gut gemacht ich stehe auf die grafik die ist super ja es sieht echt schön aus ich stehe auf dieses neo traditionelle bunt das ist echt gut mit diesem vereinen von den strellen ein bricht wie konvenient wie konvenient hey ich bin immer ich bin immer dumm immer jedes mal bisher wo ich sterben bin warst du dran schuld oh 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 Karte und 1 die Wollein von dir vielen vielen Dank ja und die Pumpe ging noch ganz gut jetzt in der Sonne okay alles bestens der Kaffeemaschine hat sich vorhin komisch angehört Dankeschön ähm cool das Spiel ja cool Sepp nochmal vielen vielen Dank mir fällt noch eine Kleinigkeit auf die ich gerne einstellen würde mehr Friendly Fire wir sollten uns in die dritte und die vierte Person reinholen die nur auf uns schießen das hat noch gefehlt tatsächlich das Spiel gibt es nur für den PC wahrscheinlich oder? boah da ist ein Boss ah wie geil das da hinten aussieht super geil was der immer labert da im Hintergrund auch stirb wir sollten die Strahlen kreuzen jawohl man kann halt auch gnadenlos runterfallen ne au 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 ja ich bin tot ich hab halt kaum noch Leben ne verprügelst du ihn mit dem wer will runter quallen oh ne oh oh wuh wir entspannt also am letzten am letzten Checkpoint ja cool aber voll geil da haben wir noch was was fehlt Sepp Moment hier jetzt ich muss mich leider mit Waffen mal noch ein bisschen üben wenn ich jetzt Waffen will ich will da hinten hin ja ja mach mal und drücken ach wenn ich dann drück während der Fliege ja guck halt jetzt auf ach wie cool jetzt check ich das ok das testen wir jetzt gleich nochmal da unten das testen wirft halt auf mich ach ja cool kann ich jetzt mit der Gewissheit dass ich das kann sterben auch ey Boah, komm, die miese Kackbratze. Oh, up. Oh, choo. Yes, get off. Es ist voll komisch, dass man da runterfallen kann. Oh, der Goldschatz. Minu, danke schön. Sepp, danke. Jo, danke. Oh, cool. Ich bin ein Champion. Neuer Zauber. Großer Lebenskreis. Ein großer, werfbarer Lebenszauber. Der Ring hat 500 Punkte und verschwindet, wenn die Punkte aufgebraucht sind. Uh, geil. Ah, und das kann ich jetzt austauschen. Was? Wähle eine Zauberseite. Was? Ich habe es gerade auch nicht ganz gecheckt. Nehmt Elemente, die ihr nicht habt. Nehmt verschiedene Elemente, die ihr nicht habt. Ja, ich habe jetzt den Zauberkreis genommen. Ah, hier gibt es nochmal was. Ausdauer 2, Zauberkraft. Ach, da gibt es noch mehr. Ah, das habe ich nicht groß. Schade. Ja, das ist neu, glaube ich. Ist jetzt freigeschaltet. Zauberkraft und 2% Zauberladung. Ja, Zauberladung ist halt auch mega geil. Ich will jetzt, glaube ich, ich mache das mal voll hier. Genau, dann geht die nächste Stufe auf. Und dann gehe ich auf jeden Fall auf Zauberkraft. Oh, ich muss auf jeden Fall hier auf Nahkampf gehen. Nee, Zauberladung will ich haben. Genau, Ladung ist gut. Okay. Ey, ja, Sepp und Miku. Also, theoretisch könnte man dann auch 2 Leute aus dem Chat dazuholen. Um den Chaosfaktor ein bisschen zu erhöhen. Bin hier voll dabei. Felix, du hast, glaube ich, nicht mitbekommen, dass rote Gegner meistens gegen rote Zauber immun sind. Doch, doch, aber ich habe... Das ist dann eine Heilsauber. Okay, cool. Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, ha, ha! Alles verbraucht, was gegen die hilft. Ah, der hüpft da rum, ey, wie so ein... Kill mal den auch noch, bitte. Wieso hast du hier so einen coolen Zauberdinger gekriegt gerade, so ein Heal-Ding? Keine Ahnung. Hast du einen anderen Heilzauber als ich? Nee. Nee. Ich habe keine Lust gerade. Nicht jetzt, nicht heute hätte ich gesagt, aber so die nächsten Male. Irgendwann mal. Kann man darüber reden. Ja, ne mal. Cool. Sehr gut. Mach mal. Ja, aber ich glaube zu viert. Nein. Kannst du wieder hochhüpfen? Nee. Nee, ne? Ah, enttötet. Wo bleibst du? Ja, ich bin tot. Da oben. Ich bin runtergefallen. Wie heilig dich? Einfach drin stehen bleiben. Ja. Ich bin runtergefallen. Je bin runtergefallen. Oh, der zaubert da rechts, der Bastard. Oh, ich bin schon wieder weg. Einsprung von dem, da kannst du nichts dafür können. Vorsicht. Nein, oh Gott. Der ist fies. Das falsche Element. Wähl Eis, dann bleibt er ja stehen. Und du kannst in mich rein und derweil den... Ja, genau, passt doch. Nice. Schlag drauf. Super. Sehr gut. Schlag drauf. Warte, gibt es hier noch irgendwas? Oh, ja, ich liebe es, ist so hart. Rostsplitter. Ein new what? Warte mal. Ah, ein Kopf. Okay. Glitzert in der Morgensonne. Und ich habe einen Talentpunkt. Auf jeden Fall das. Hä, wo bin ich denn? Kann ich ja nichts mehr machen. Nahkampfschaden. Auf jeden Fall. Ich springe ja mal runter. Hey. Ja. Aufhört, ich glaube. Das ist geil. Guck mal, ich kann mich mit dem auch vereinen. Das war ja gar cool. Hast du das gesehen? Ja, ich bin... Okay, man kann nicht ins Wasser fallen. Vorsicht. Oh, schau, wer ist zurück? Nee, habe ich nicht gesehen. Was war da? Der Eisvogel da hat geschossen. Und ich habe meinen Eisstrahl in seinen reingeschossen. Und zusammen haben wir dann den Roten kaputt gemacht. Oh Gott, was ist da los? Oh Gott, was ist da los? Oh Gott, ich bin tot. Hilfe, Gott. Du musst viel mehr diesen Heilzauber nehmen. Ja. Ich kann leider gar nicht. Ja, ja, ist okay. Ach, jetzt check ich das. Hilfe. Ja, ja, so ging ich mir auch. Oh Gott. No way. Ich muss selber zu heilen. Oh, ich habe dich noch geholt. Geh nimm mich rein, geh nimm mich rein. Oh, das war knapp. Ja, das ist einfach noch eine halbe Sekunde stehen bleiben müssen. Wie das abgeht. Ja, das war geil. Da wird es schon spaßig langsam. Warum? Nein! Oh, Gott, schnell! Oh, grad noch überlebt! Hast du deinen Heilsauber ready? Dann benutz den bitte mal kurz! Nein! Shit, ich bin down! Wart, sagt er, und lässt mich sterben! Ich sag nein! Ach so! Nein, nein! Das ist ja kein... no way! Oh, oh, oh! Oh Gott! Oh Gott! Ne, okay! Was geht denn da ab? Jetzt war ich gerade überfordert, dass ich plötzlich wieder da war. Das ging ab. Lass mal zusammen direkt auf das große Eichhörnchen ballern jetzt hier. Dann ist es nämlich... Dann ist nämlich einer der Gegner schon mal weg. Guck mal, Eichhörnchen schon mal erledigt. Passt doch! So! Achtung! Nicht in den Heiler reinstehen! Da ist Schaden von mir! Jetzt, er geht doch! Easy! Schluss, Dig! Teilweise... Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, komm ich hin alle auf den großen her, okay? Ja, dann ist es durch! Dann ist es schnell erledigt! Also, Notiz, er wird jetzt immer erst auf den großen. Oh, ein Hai! Ich will... eigentlich will ich nicht vor dir stehen. Ne, das war ziemlich dumme Idee. Nee... ja du bist in dem Eisding von dem glaube ich stehen geblieben er muss zugeben ich komme ab und zu durcheinander wer ich bin sepp ich gebe dir auch gleich auf easy spielen hallo ich bin jetzt ich bin souls pro mittlerweile sorry der p ist selber schuld das ist geil oh god oh god Oh, die Insel sieht sehr cool aus. Ja, stimmt. Das sieht mega aus da im Hintergrund. Also es ist insgesamt ein sehr, sehr schönes Spiel, ey. Oh, oh, oh. Er haut mit diesem Stab immer auf die Gegner ein. Das ist so geil. Oh, ja, ich stehe auf sowas. Ich mache mal die Papageien. Das sind schon cool gemacht. Was hast du gerade gesagt? Die Papageien, guck mal. Oh, die haben Schilder. Ich habe verstanden. Hoppapapageien. Ja, hoppapapapageien. Das ist einfach so geil, dass man ihn verprügeln kann mit dem Zauberstamm. Das ist immer lustig. Wer operiert diese Lüfte hier in der Wildnis? Lila Gegner bekommen von Heilzaubern Schaden. Ah. Werden sie mit Touch-Sensoren erzeugt? Oh, aber mächtig viel Schaden. Krass, okay. Das ist ja lustig. Danke für den Tipp. Oh, au, oh, okay. Ich bin so gut wie tot. Oh Gott, ich bin tot. Oh, nein, ich hängt wieder. Ich bin an einem scheiß Parken. Ich wollte mit dir den Strahl kreuzen. Oh, nein, ich bin ein bisschen, was ich meine. Oh. Oh. ein neuer hut wichtig ein schwarzer zauberhut wie er es sogar gesagt hat blutgeiles pack ja absolut aber das ist natürlich ungeschickt das schild geht weg und dann bekommen sie wird werden sie durch den heilzauber geheilt die gegner ja die heilt der zauber auch mit teilung bitte ich hab nur den tod mit dem ich hab nur den tod mit dem einfach mal sind tot danke und jetzt werden sie geheilt das ist ja voll mies die klauen dir die heilung weg aus deinem heilzauber aber eigentlich auch irgendwie cool weil ich vermute das liegt auch daran dass wir auf schwer spielen grad ich denke mal auf easy wird werden sich die gegner nicht heilen an deinem eigenen zauber hey Hey, hör auf, mich zu verprügeln, Mann! Ich dachte, du bist tot, ich dachte, es sah so aus, ach so, okay, das funktioniert so. Für mich sah es gerade so aus, als wärst du in deinem Abgrund, warte, hier oben, geht es hier nicht irgendwo anders, ach nee, doch, guck mal, ey, schau mal, ey, jetzt bist du tot, das ist so geil, Nichtschwimmer, definitiv tot, wenn du ins Wasser kommst, ja klar, Picker, und jetzt lässt du mich verlegen, ha, Alter! Was? Boah, hast du das gesehen, das ist ein Schock? Ah, was kannst du eigentlich? Hey! Warte, haben wir genug, nee, was habe ich gefunden? Ich habe irgendwas gelootet, aber ich weiß nicht was, okay, keine Ahnung, Erfahrungspunkte hier vielleicht. Warte mal, ah, ich bin blau, Hilfe! Okay! Das war gut, ey! Ach, wie du schon hast, was ich auf die Beine? Ach, was ist das? Oh! Ja! 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 Ich finde es immer noch so geil, wie du das auch auf dem Schirm hast. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm, dass man mit dem Stab brüdelst. Ich stehe auf Brüdel. Eigentlich sollte man diesen Blink oder das Teleporten sollte man ja eigentlich aufheben, wenn man es braucht und nicht vor dem Kampf immer schon verwenden. Warte mal, wir verpassen voll den Loot. Hier ist nichts. Wir verpassen voll den Loot, oh mein Gott. Ach so, warte was. Entschuldigung. Nee. Okay. Oh. Huh. Okay. 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 Die werden geheilt von dem da. Jetzt hat er gut, oh. Gislans Stab des Grüns wird ein Heilstab sein wahrscheinlich. Stabtreffer, Heil, Ziel um 40, plus 50, Gesundheit nach Teleportieren. Äh, ja, Stab, das ist was für dich. Stabtreffer, also du prügelst doch. Stabtreffer, Heil, Ziel um 40? Ja, dich halt. Ja, na dann, check mal das mal aus. Hätte ich jetzt gesagt. Hier ist ihm der Loot plötzlich wichtig. Ja, sorry Sepp, ich weiß nicht. Aber wo bin ich jetzt? Ah, da verliert der Controller ab und zu die Verbindung. Vielleicht durchs Kabel oder so. Das ist unsere letzte Chance. Ich werde uns retten. Hä, ne, ich bin draußen, warum? Das war vorhin genau die gleiche Anzeige. Jetzt hast du auf Controller wechseln geklickt. Äh, na, nicht auf den Anknopf drücken. Ja, machen wir fertig. Hä? Ja, jetzt kannst du, genau. Als Neuerspieler beitreten. Ja, also nicht, ne. Oder Controller wechseln, ich weiß es nicht. Geht das gar nicht. Ah doch, ja. Hör mal auf, was zum, jetzt. Ach, danke. Nicht alle Tasten drücken, bitte. Ja, ich verstehe gerade wieder auf Controller wechseln. Ja, ne, wollt ihr nicht? Jetzt ist Maus und Tastatur, hast du aktiviert. Wunderbar. Aber wie geht es denn, wenn der Controller funktioniert? Ja, egal, weiß ich was. Machen wir an der Stelle ein Outro. Wir haben fast eine Stunde am Start. Ähm. Aber das war voll toll. Danke für den Spieletipp, der ist supergeil. Ich steh auf das Spiel. Genau, hier, Sepp hat den empfohlen und auch gegönnt tatsächlich sogar. Danke, Sepp. Danke nochmal an der Stelle. Da hast du uns echt einen Gefallen getan. Frosty Moon mit Resistenz gegen Feuer und Blitz. Okay. Wir werden das auf jeden Fall nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ähm. YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Und schön, dass ihr am Start wart und dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt euch wohl.